Willkommen zurück zu Transport Fever 2. Signale kommen dann für die Strecke jetzt einmal, und zwar da, und zwar Nummer 1 und 2, das ist ok, dann gibt es da einen Block, so, so, ja, dann da eins, und da noch eins, ja, und da ist eine Weiche, das heißt, da, und da beim Bahnhof auch, ja, warum nicht, dann steht da da oder da, das ist ok, das ist ok, jetzt müssen wir Signale weggeben, und Gleise wählen, nicht da nach hinten, das wäre halt nur ein Umweg, schneller wäre ich, wenn ich da direkt fahre, aber schöner wäre es, wenn ich da mitfahre, hm, ich glaube, ich fahre da mit, oder, ja, komm, wir spielen eh ohne Geld, dann, wirtschaftlich macht das jetzt auch nicht, sowas, aus, das ist schon ok, dann fahren wir da rüber, gehen, nach da hinten, genau, und gehen auch da nach da hinten, das wäre so, ja, und dann drücken wir da an, irgendwie, wenn es möglich ist, da daneben geht das, oder komme ich da nicht auf eine Drücke, ja, ich würde gerne da ran, ja, so geht es, aber so nicht, wenn ich da, zu weit drüben, vielleicht geht es ab da, müssen wir schauen, da ist gerade gegangen, ne, da geht es gar nicht, da will es auch einfach nicht gehen, ich kann ja mal so machen, also so, ja, geht nicht, jetzt geht es, so, ja, so halt, und dann, da eine Kurve machen, das erlaubt mir das Spiel ja auch, das muss aber dann so ausschauen, ok, ist ja ok, ist ja ok, lass das so ausschauen, da rein, und da rein, ja, und jetzt, gibt es da und das Ganze, in die gleiche Richtung, diese Schiffe, kommen da ja eh ohne Probleme durch, für alle, die es auch wirklich überprüft haben möchten, kann ich gerne, machen, nachdem ich das hier gebaut habe, was habe ich da falsch gemacht, das weiß ich nicht, ich wollte da eigentlich andocken, es geht halt ab da nicht, ab wo, da, bis da geht es, ok, dann mache ich das in kleinen Schritten, und dann sind wir da auch, hier drüben so, und jetzt gibt es für alle, die es interessiert, hier die Wasserkarte, das ist, grün eingezeichnet da unten, das passt, auf jeden Fall, mit den Schiffen, da habe ich das für mich selber auch überprüft, falls ich irgendwann mal Schiffe fahren lassen möchte, das wäre überprüft, das geht auf jeden Fall, das habe ich aber auch absichtlich so hoch gebaut, damit ich da durchkomme, andocken, hallo, so, so docke ich an, dann geht es da weiter, nach da, dann weiter, nach da hinten, wie gesagt, wir machen jetzt einmal die Linie, und dann, wir haben wir, da auch ein paar schöne Züge draufsetzen können, ich hoffe, dass wir in der Zeit, auch neue freischalten, dass wir nicht nur die gleichen haben, also die drei, aber für die Strecke, aber für die Strecke, haben wir ja schon, neue Züge freigeschalten, diese 50 kmh Züge, ich habe jetzt den Namen von den Zügen, ich habe mich gemerkt, also Züge, eigentlich sind es ja Dampfloks, die elektrischen und die mit, äh, was ist das, Benzin, Diesel, die habe ich ja noch nicht, weil ich habe ja keine Oberleitungen, das zur Information, warum die nicht gehen, sondern nur die, ich kann ja auch, ähm, elektrische setzen, aber die will ich nicht fahren, weil ich habe die aber auch noch nicht freigeschalten, aber die, die Diesel-Logs könnte ich setzen, die könnte ich überall setzen, auch Miet-Obergleise oder ohne, weil die, brauchen die nicht, die haben ja selber einen Treibstoff, die brauchen die also nicht, die Oberleitungen, jetzt geht's einmal, von da in den, ah, das hat nicht angetoppt, docks jetzt an, Kollision, 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 und jetzt, jetzt geht's wieder, ähm, perfekt, dann ist das da ein bisschen anders, das ist nicht ganz, ich weiß, da nicht angedockt hat, aber das, macht nichts, jetzt geht's da weiter, und mit dem will ich dann gerne, äh, geht nicht, dann müssen wir da noch außen vorbei, dann geht das auf jeden Fall, woher bis da, ja, und zwar, da, geht das jetzt, ja, so, Autosave, dann müssen wir warten, jetzt geht's, so, Signale, ah, da werde ich das Depot hier hin machen, oder, ja, warum nicht, ich brauche sowieso noch eine Brücke, also von da weg, mal neue Signale, und zwar, da, in dem Bereich, dann, da, ist okay, da haben wir einen Block, also heißt, wo dann, ähm, das war zu, das muss zu, also so, ja, das war's, da ist es das äußere Glas, genau, das ist es, und da ist es, ah, komm her, komm her, krieg ich dich, das ist es, dann, Block, ja, da gibt's noch einen Block, da mach ich, da noch einen Block hin, perfekt, und, da muss ich dann schon wieder, aufpassen, in den, weichen, das ist okay, das passt, das ist gemacht, dann, konfigurieren, ja, und zwar, kommt da, ein, Gleis dran, dann, das passt, das Barschmutter, dann, Gebäude, äh, da war das, da kommt jetzt das, Depot hin, drehen, und jetzt kommt die Gleise dazu, so in dem Depot, das wäre einmal, so, warte, ja, dann einmal, so, und einmal, so, dann, Signale, so, und, da geht's, und, kann ich vor der Weiche kein Signal setzen, so, geht das auf dem Gleis, wenn ich das mache, das ist blöd, hm, egal, aber, dann machen wir's wenigstens so, und dann, gehen wir in der nächsten Folge dann, an die Arbeit, und machen, den Bereich Richtung, Warenfabrik, also, von, Stahlwerk, Richtung Warenfabrik, und dann nach Graz, dann, danke fürs, zusehen, hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, Tschüss.